Norddeutscher Rundfunk war das noch viel was? oder lag er auf der Römmscheibe? weil wir dann bei uns auf den Römmscheien haben, das versucht viele Eingrömmsche zu verabschieden. Ich bin jetzt schon mal. Aber wenn ich mich wiederum fasse, Ich bin jetzt Kupfer, ich bin jetzt auf der Kirsch. Wir haben jetzt ein bisschen wasser. Vielen Dank.